Moin Leute, heute habe ich eine neue Folge So schlecht kann man nicht fahren für euch. Wenn ihr mir eure Dashcam Videos senden wollt, könnt ihr das an die jetzt eingeblendete Email Adresse machen. Legen wir los! Wenn man schon nicht anhalten will, muss man es halt spüren. Sollten die Assistenzsysteme nicht genau so etwas verhindern? Was sagt ihr? Das war das Karma fürs langsame Überholen. Beste Ladungssicherung, da ist nicht mal ein Seil zu sehen. Der macht die Tür auf, als ob da keiner ist. Wenn man vergisst zu lenken. Ich glaube mal, der hat vergessen, wo der ist. Das war's wirklich komplett. Wäre der hintere Wagen auch mal abgebogen, dann hätte der andere vielleicht angehalten. Was denkt sie, was jetzt passieren wird? In welchem Spiegel hat der überhaupt geguckt? Kurz nicht aufgepasst und das war's. Wo hat der hingeguckt? Der Fahrer hat ja gar nichts unter Kontrolle. Das nenne ich mal Überreaktion. Wo gucken die Leute eigentlich hin, wenn die rückwärts fahren? Das braun? Na mal möchte, und fragwärts. Bist�ig ist es auf unserer Seite. Das saß und spiel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und er macht dasselbe noch einmal rückwärts Echt krass, wie manche Leute überhaupt einen Führerschein haben können Das war's wirklich komplett Schöne Grüße gehen raus an Gerhard Walder Andreas Zilling Adam Kofekiva Und Gaming Crew VKilnik Danke für eure Kommentare Freunde Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht an der Bewertung da zu lassen Bis zum nächsten Video Freunde Ciao 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 Ciao